Hallo und willkommen bei einem neuen Make-up-Blog-Tutorell. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einem kleinen OLED-Display und einem BMI280-Sensor euer Raumklima messen und anzeigen könnt. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck auf einen Blick und das Ganze über die A2C-Schnittstelle vom Arduino angesteuert, also mit nur ein paar wenigen Kabeln. Schauen wir uns kurz an, was wir für das Projekt brauchen. Einen Arduino Uno, kann aber auch ein anderes Modell sein, dann verändern sich vielleicht die Anschlüsse für die A2C-Schnittstelle hier ein wenig. Einen BMI280-Sensor zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Ein OLED-Display, ich habe hier eins mit 128x32 Pixel, die größere Variante mit 128x64 zum Beispiel, geht aber natürlich auch. Und dann ein paar Kabel, damit wir das alles zusammenstecken können. Optimal ist es natürlich, wenn ihr so ein Breadboard habt. Da geht alles so viel leichter wie nicht, dann empfehle ich euch dringend die Anschaffung eines kleinen Arduino Starter Kits. Da kriegt ihr für wirklich wenig Geld nicht nur so eins, sondern auch noch viel anderes Zeugs dazu. Links zu Bezugsquellen findet ihr in der Videobeschreibung. Was ist jetzt so besonders an OLED-Displays? Die Abkürzung OLED steht für Organic Light Emitting Diode. Im Gegensatz zu LCDs zum Beispiel brauchen diese Displays keine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, jedes Pixel leuchtet selbst, was für richtig schöne Kontraste sorgt. Ich benutze hier ein einfärbiges 0,91 Zoll Display mit 128x32 Pixeln im Dreierpack für ein paar Euro bei Amazon bestellt. Das Display hier benutzt den gängigen Treiberchip SSD1306. Das ist für das Tutorial wichtig, da die folgenden Arduino-Programme die Bibliothek zur Ansteuerung dieses Chips verwenden. Und bitte Achtung, wie auch bei vielen anderen Modulen, liegen die Header-Pins den Displays meistens nur bei und sind noch nicht angelötet. Das solltet ihr also selber können. Das Display hat neben den Pins für die Stromversorgung dann noch die beiden Pins SDA und SCL für die Kommunikation via I2C. Gleiches gilt für den Klimasensor, den bekannten BMI 280. Auch der kommuniziert mit I2C, was die Verkabelung des Projekts sehr einfach macht. Das I2C-Protokoll, von dem her immer die Rede ist, ist im Grunde eine serielle Schnittstelle, die speziell für die Kommunikation zwischen Mikrocontrollern und angeschlossenen Peripheriegeräten wie Sensoren oder Displays entwickelt wurde und das nur zwei Leitungen verwendet. SDA, Serial Data für die Datenübertragung und SCL, Serial Clock für das Takt-Signal. Weil jedes Gerät eine eindeutige Adresse besitzt, ist es mit I2C möglich, mehrere Geräte bis zu 128 über dieselben zwei Leitungen anzusteuern. Der Anschluss ist wirklich einfach, da sich Display und Sensor dieselben Datenleitungen teilen. In meinem Fall vertragen laut Datenblatt beide Teile Spannungen zwischen 3,3 und 5 Volt. Ich kann sie also bedenkenlos hier mit den 5 Volt des Arduino mit Strom versorgen. Falls das bei euch nicht so ist, zum Beispiel bei den alten BMI-Modulen von Sparkfun, dann gibt es hier am Arduino ja auch noch das Pin für 3,3 Volt. 5 Volt und Ground habe ich wie üblich hier aufs Breadboard geführt. Zuerst schließe ich beide Geräte an die Stromversorgung an, also 5 Volt hier und hier und Ground hier und hier an die entsprechenden Pins an den Modulen. Dann kommt noch das SDA, also das Datenpin für die I2C-Kommunikation. Hierzu wird am Arduino Uno das Pin A4 verwendet. Das führe ich hier zuerst zum SDA-Pin vom Display und dann hier mit dem roten Kabel weiter zum Temperatursensor. Ebenso das SCL-Pin, das ist am Arduino Uno das Pin A5. Ebenfalls erst hier an SCL vom Display und dann mit dem braunen Kabel weiter zum Sensor. Das wäre schon die ganze notwendige Verkabelung. Jetzt gibt es einen einfachen Weg, um zu überprüfen, ob das alles richtig verkabelt ist und gleichzeitig noch die I2C-Adressen der beiden Module rauszufinden. Dazu findet ihr in den Beispielprogrammen der Wire Library hier den Sketch I2C-Scanner. Öffnet ihn mal und uploadet ihn auf den Arduino. Ich habe ihn hier schon geöffnet, lade ihn hoch. Wenn ihr dann in den seriellen Monitor umschaltet, solltet ihr ungefähr so ein Ergebnis hier sehen. Das wird alle fünf Sekunden refreshed und am I2C-Bus werden zwei Geräte mit diesen Adressen hier gefunden. Die Adressen der I2C-Module stehen meistens ja auch irgendwo im Datenblatt oder sind Standard für bestimmte Gerätetypen. Das Display hier hat wahrscheinlich die Adresse HEX 3C und der BME 280 wird dann die HEX-Adresse 7.6 haben. Merkt euch die Daten irgendwo, die brauchen wir dann später noch. Wenn ihr hier keine oder nur eine Adresse angezeigt bekommt, dann überprüft bitte nochmal die Verkabelung und ob wirklich alle vier Pins der beiden Geräte richtig verbunden sind. Notfalls auch jeweils nur das Display oder den Sensor anschließen und schauen, ob dann etwas angezeigt wird. Wenn wir diese Hürde genommen haben, dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Wir wollen die Daten des Temperatursensors ja jetzt auslesen und am Display anzeigen. Dazu benötigen wir wie immer passende Bibliotheken zur Ansteuerung der verwendeten Module. Öffnet dazu den Library Manager des Arduino entweder hier über den Menüpunkt Sketch, Bibliothek einbinden, Bibliotheken verwalten oder mit einem Klick hier links auf dieses Icon, wenn ihr eine neuere Version der Arduino IDE verwendet, was ich im Übrigen dringend empfehle. Für das Display suchen wir hier oben nach Adafruit SSD1306 und kriegen hier die Bibliothek vorgeschlagen. Die installiere ich jetzt mal mit allen Abhängigkeiten. und für den Temperatursensor Adafruit 280 auch hier die Bibliothek mit allen abhängigen anderen Bibliotheken einfach installieren. So, das war es hier schon. Das kann ich wieder ausblenden. Jetzt zum spannenden Teil, zum Programmcode. Ich habe den hier schon vorbereitet und mit vielen detaillierten Kommentaren versehen. Den kompletten Sketch findet ihr im zugehörigen Blogartikel auf makerblog.at. Da könnt ihr euch den kopieren. Aber schauen wir uns die paar Zeilen erstmal durch. Hier werden die beiden Bibliotheken eingebunden, die wir für Sensor und Display brauchen. Dann definiere ich hier ein paar Konstanten. Einerseits für die Auflösung des OLED-Displays und das Reset-Pin. Mein Display hat kein eigenes Reset-Pin, deswegen hier die Minus 1. Das vom Arduino wird mitverwendet. Dann hier die beiden Adressen, einerseits vom Display und vom Temperatursensor. Die haben wir uns ja vorher mit dem I2C-Scanner ermittelt. Und Delay Time, damit bestimme ich später den Zeitabstand zwischen zwei Messungen. Dann werden hier die beiden Objekte für Display und Sensor instanziert. Zuerst hier das Display mit den entsprechenden Parametern, die wir oben festgelegt haben und hier für den Temperatursensor. In der Setup-Funktion initialisieren wir zuerst die serielle Kommunikation, warten hier bis diese auch funktioniert und geben eine kurze Testmeldung am seriellen Monitor aus. Also nicht am OLED-Display, sondern am Monitor hier der Entwicklungsumgebung. Dann initialisieren wir zuerst den Temperatursensor. Hier dieses IF, das macht nichts anderes als über das verneinende Rufzeichen hier, falls BME Begin, hier übergeben wir die I2C-Adresse, die wir umdefiniert haben. Falls also BME Begin kein True, sondern ein False zurückliefert, weil irgendetwas mit dem Sensor schiefgegangen ist, dann wird diese IF-Bedingung hier True, wegen der Verneinung, die wir hier machen. Und es wird am seriellen Monitor eine kurze Fehlermeldung ausgegeben und dann endlos gewartet. Wir wollen in dem Fall ja nicht, dass das Programm weiter ausgeführt wird. Das gleiche für das Display, da schaut das Beginn etwas komplizierter aus. Da wird noch eine Konstante übergeben, die definiert, dass das Display intern, also in dem Fall über den Arduino mit Spannung versorgt wird und nicht irgendwie extern. Und auch hier übergeben wir die I2C-Adresse wieder. Wieder das gleiche Konstrukt, sollte das Wiedererwarten ein False zurückgeben, dann wird dieser ganze Teil hier zu, das IF hier zu True und wir geben eine Fehlermeldung aus und warten hier unendlich lange. So, dann wird hier in der vorbereitenden Setup-Funktion noch der Display-Inhalt geleert, dann setzen wir die Schriftgröße auf 1, das verwenden wir für alle weiteren Ausgaben. Die Text-Color, hier wird die Code-Page definiert, das ist im Grunde die Schriftart, die verwendet wird, beziehungsweise hat Auswirkungen auf die Sonderzeichen, die uns zur Verfügung stehen. Und dann geben wir den Display-Inhalt aus, zeigen ihn also an, in diesem Fall jetzt einen leeren Bildschirm. Wir haben ja so noch nichts ausgegeben. Dann zum Abschluss noch eine kurze Ausgabe auf den seriellen Monitor und dann ist das Setup schon beendet. In der Loop-Funktion, die dann nach dem Setup immer wieder ausgeführt wird, leeren wir zum Start das Display, dann zeichne ich hier mit der Draw-Rect-Funktion einen Rahmen am äußeren Rand des Displays, also von Position 00, das ist die linke obere Ecke, in einer Breite von 128 Pixel und einer Höhe von 32 Pixel, in der Farbe Weiß, also ein Rahmen an den äußeren Displaygrenzen. Dann setze ich den Cursor hier auf die Position 2.2, das ist also zwei Pixel vom linken oberen Rand eingerückt in jede Richtung. Da geben wir den Text Temp-Doppelpunkt aus, setzen den Cursor dann in der gleichen Zeile auf das 50. Pixel, also etwas vor der Mitte und geben hier den vom BMI-Sensor ausgelesenen Temperaturwert aus. Dann kommt ein Leerzeichen, dann wird hier das Zeichen mit der Nummer 248 geschrieben. Das ist bei dieser oben definierten Code-Page ein hochgestellter Kreis, den wir hier für das Grad Celsius brauchen und hier gebe ich noch das C aus. Dann wird der Cursor in die zweite Zeile gesetzt, also wieder zweites Pixel, aber jetzt von oben gesehen 12 Pixel nach unten und wir geben hier aus Luft für die Luftfeuchtigkeit, lesen diese vom Sensor aus und hinten dran kommt noch ein Leerzeichen und das Prozent und das gleiche dann auch noch mit dem Luftdruck, wiederum 10 weitere Pixel nach unten in die nächste Zeile. Wir geben hier den Text aus, setzen den Cursor wieder an das Pixel 50 und zeigen hier den Luftdruck an. Der Luftdruck wird vom Sensor in Pascal zurückgegeben, das dividieren wir hier durch 100, damit das in dieses gängigere Hektopascal umgewandelt wird. Sobald wir den gesamten Displayinhalt neu definiert haben, geben wir ihn hier mit Display-Display aus und dann warten wir das Delay-Time, also die oben definierten 500 Millisekunden, also eine halbe Sekunde, dann wird diese ganze Funktion von vorne weg wieder ausgeführt. Laden wir den Sketch hoch und schauen wir, ob der auch funktioniert. Und dann sehen wir auch schon, das Display läuft und zeigt uns die aktuellen Messwerte an und auf diesem kleinen knackscharfen Display schaut das auch wirklich gut aus. Ab hier hat das Projekt unendliche Erweiterungsmöglichkeiten, den Text hier könnten wir durch Symbole ersetzen, das Display kann ja auch Bitmap-Grafiken anzeigen, mit den Schriftgrößen spielen oder das Ganze in ein schönes Gehäuse stecken und als schickes Bastelprojekt irgendwo hinstellen. Am UNO selbst haben wir ja keine Internet- oder Bluetooth-Verbindung, aber mit einem entsprechenden, besseren Mikrocontroller könnte man die Werte dann auch an eine IoT-Plattform schicken und über einen längeren Zeitraum protokollieren. Mal schauen, was mir dazu noch so einfällt. Und das war es auch schon für heute. Ein einfaches Projekt, das wirklich cool ausschaut und zeigt, wie vielseitig OLED-Displays mit Sensoren am Arduino sind. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Ideen rund um den Arduino und andere Mikrocontroller. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Basteln.